Magdeburg, eine internationale Universitätsstadt? Auf den ersten Blick mag das nicht so sein. Wenn man aber genauer hinschaut, dann entdeckt man eine neue, unerwartet vielseitige studentische Kultur, die sich aus jungen Menschen zusammensitzt, die nicht nur aus der Region, sondern aus allen Kontinenten kommen, um in Magdeburg zu studieren. In der Universitätsbibliothek öffnete eine Ausstellung ihrer Pforten, die sich dem Thema annähert. Mir und uns waren zwei Sachen wichtig. Einmal zu zeigen, dass Magdeburg mittlerweile eine internationale Plattform für Studenten aus aller Welt geworden ist und dass die Magdeburger eine ungeheure Zahl von Studenten aus allererhenden Länder zu Besuch haben. Was heißt es für junge Menschen hier zu studieren und insbesondere für ausländische Studenten? Was hat sie bewogen, die Stadt an der Elbe zum Studienort zu wählen? Diesen Fragen widmen sich die Ausstellung. Dokumentiert haben wir also 30 Studenten aus 17 Nationen und haben dabei sehr, sehr nette junge Menschen kennengelernt, die zu 70 Prozent nicht aus Magdeburg kamen. Interessant war es, dass die Studenten sehr schnell Kontakt hier in Magdeburg gefunden haben. Und zwar nicht nur zu den jungen Leuten aus Magdeburg, sondern auch zu den Leuten, die wiederum aus anderen Kontinenten oder anderen Ländern kommen. Die Unibibliothek scheint da der ideale Ort zu sein, um die Porträts zu zeigen. Und nicht zuletzt war es mir wichtig, diese Porträts, die so pur gestaltet sind, in diesem Fall fast engelsgleich und ikonografisch, in diesem besonderen Raum. Die Unibibliothek habe ich meinen Spaß als eine Kathedrale der Wissenschaft genannt. Das ist tatsächlich ein immens großer Raum, der lichtdurchflutet ist, der aber auch sehr technisch ist. Und ich dachte, es ist ein schöner Dialog, wenn sich diese reinen Porträts in diesen so technischen Raum einfügen. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 5. Januar 2011 zu den Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek.